Hallo, mein Name ist Marius Jäger. Ich bin Bauleiter bei der Firma POR hier in München. Ich bin auf einem Bauprojekt mitten im Herz von München auf dem Nockerberg tätig. Wir bauen hier ca. 300 Wohnungen, haben noch ein halbes Jahr Bauzeit vor uns bis zur Fertigstellung und bin hier für den Rohbau zuständig gewesen und auch im Ausbau voll mit tätig. Ich habe hier auf dem Projekt Gamma AR im Rohbau sehr oft benutzt, einfach weil es für mich diese Visualisierung gab zwischen den verschiedenen Planungsphasen, die verschiedenen Deckensprünge, mir anzuschauen, wie wird das eigentlich später aussehen. Das hat mir sehr geholfen und somit konnte ich dann auch Kollisionen vielleicht, die dann aufgetreten sind, frühzeitig erkennen und dort habe ich es wirklich sehr oft verwendet. Vielen Dank.